Wir haben die erste Saison in der Lage national. Wie bitter ist sie gerade hier drei Wochen? Ja, das ist auf jeden Fall kein gutes Ergebnis von uns. Man verliert nie gerne, insbesondere weil es mir wichtig ist. Natürlich glaube ich, dass meine Fahrt, meine Röderkarte, das Spiel war entscheidend, das ist schon klar. Das ist nämlich auch mein Kap. Ich finde, das passt eigentlich gar nicht, diese Geste. Das passt sicher nicht, aber wie gesagt, ich habe es selber mit dem Spielrichter gemeint. Ich meine sowas nicht. Wenn ich ganz ehrlich sage, ich weiß gar nicht, dass es hier so schlimm ist, als wenn man sowas mit dem Spielrichter macht. Ich mache eh nichts oft, aber trotzdem, aus meiner Sicht ist das nicht so schlimm, wie man denkt, weil ich meine nicht, dass er irgendwas ist. Ich meine einfach, da war er in der Situation, wo er gefragt hat, ob ich zusammengeschlossen habe mit Jerome, weil deswegen war er auf dem Boot. Ich habe gesagt, nein, das war eigentlich nicht. Klar, keine cleveren Gäste, aber ich muss schon aufpassen, aber wer mich kennt weiß, was ich meine. Ich bin eigentlich sehr ruhiger Tipp, sehr fairer Spieler und wer mich kennt weiß das. Also mehr ein Reflex eigentlich. Ja, genau, so intuitiv. Mach das einfach so, weil du vielleicht in deinem Alltag das genauso machen würdest, aber ich habe es sicherlich gemeint. Vielen Dank.